Balanced Training Was bedeutet Balanced Training? Ausbalancetes Training bedeutet, alle Bewegungsebenen, genauso wie Bewegungen oder Muskelkontraktionen oder auch Energiesysteme abzudecken. Unser Verständnis von Training bedeutet, Lücken in eurem System zu füllen. Jede Sportart, ganz egal ob das Laufen, Tennis, Fußball oder Skifahren ist, negiert gewisse Bewegungsrhythmen und gewisse Bewegungsmuster. Das heißt, unser Training basiert darauf, diese Lücken zu füllen und euch zu ermöglichen, alle Sportarten dieser Welt auszuführen. Das heißt, nicht noch mehr Dysbalance bei euch zu kreieren. Dysbalance bei euch zu kreieren. Dysbalance bei euch zu kreieren.